Nachdem die SPÖ-Mitglieder sich bei der Befragung zur Parteispitze und auch zur Spitzenkandidatur für die kommende Nationalratswahl mit rund 33,7 Prozent für Hans-Peter Doskozil, mit immerhin 31,5 Prozent für Andreas Babler, aber mit nur 31,35 Prozent für die aktuelle Parteichefin Pamela Rendi-Wagner entschieden haben, bestätigt Letztere am Tag nach Bekanntwerden dieses Ergebnisses ihre zuvor gemachte Ansage. Und auch wenn dieses Ergebnis von gestern, um ein Wort unseres Bundespräsidenten dazu zu verwenden, wirklich arschknapp war, ist es aus meiner Sicht zu respektieren. Das habe ich vorher gesagt und das sage ich auch jetzt. Und ich werde daher nicht am kommenden Bundesparteitag kandidieren. Vorstand und Präsidium werde sie einen geordneten Wechsel vorschlagen, so Rendi. Ob das dann ein Doskozil sein wird, steht aber noch nicht fest. Und Rendi gibt noch eine Parole aus. Österreich brauche eine SPÖ-geführte Regierung.